Die KNAPP AG ist ein international tätiges Unternehmen auf dem Gebiet der Lagerautomation und Lagerlogistik und bietet intralogistische Gesamtlösungen aus einer Hand. Von der Konzeption über die Fertigung und Installation bis zur laufenden Betreuung. Nachhaltig ins Gleichgewicht gebracht werden dabei Logistikprozesse durch innovative Systeme. Dabei steht die ökonomische und ökologische Effizienz im Mittelpunkt. Wer für die KNAPP AG arbeitet, genießt viele Vorteile. Zum Beispiel das Gesundheitsprogramm KNAPP Vital hält gesund und fit. Es bietet den Mitarbeitern entspannende Massagen sowie Sport- und Bewegungskurse. Unter dem Titel Die Chance können langjährige Mitarbeiter den Lehrabschluss Metalltechnik nachholen und sich damit höher qualifizieren. Für Kinder von Mitarbeitern ist die KNAPP Kinderwelt ganzjährig geöffnet und es gibt ausreichend Angebote für die Betreuung von Schulkindern in der Ferienzeit. Vorbildliche Inklusionsarbeit leistet die KNAPP AG im Zuge einer Kooperation mit Alpha Nova. Menschen mit Behinderung und Beeinträchtigung werden im Ausmaß ihrer Möglichkeiten im Unternehmen langfristig eingesetzt. Soziale Verantwortung ist Teil unserer Unternehmenskultur. Wir schaffen ein positives Arbeitsumfeld für unsere Mitarbeiter, entwickeln nachhaltige Logistiklösungen und setzen uns für die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Steiermark ein. Ökonomische und ökologische Effizienz durch optimierte intralogistische Prozesse.